Let's get ready to Schnittbericht again! Gestern bereits haben wir uns die Unterschiede zwischen den beiden auf der DVD enthaltenen Fassungen angeschaut, nämlich dem Festival Cut und dem Directors Cut. Allerdings gibt es noch eine dritte Fassung von dem Film und mit der möchte ich mich im heutigen Schnittbericht beschäftigen. Kurz zusammengefasst alle allgemeinen Informationen rund um den Film und dessen Produktion habe ich bereits im gestrigen Schnittbericht erwähnt und möchte deswegen heute nicht noch einmal alles erzählen, aber nur die für den heutigen Vergleich relevanten Informationen noch einmal zusammengefasst. 2017 wurde der Film Auer das allererste Mal im Kino gezeigt, bei der Premiere mit einer Fassung, die zwar grundsätzlich komplett fertig war, aber im Hauptkampf noch keine Musik und noch keine Farbkorrektur hatte. Die haben wir erst nach dem Feedback des Premierenpublikums hinzugefügt, deswegen unterscheidet sich eben der Directors Cut auf der DVD geringfügig von der Premierenfassung, die damals im Kino zu sehen war. Beim Festival Cut, der auf der DVD enthalten ist, haben wir diese Änderungen allerdings nicht nachträglich hinzugefügt, weil wir diese Fassung eben authentisch halten wollten, so wie wir sie dann auch tatsächlich bei den Festivals eingereicht haben. Nämlich ohne Farbkorrektur und ohne Musik im Hauptkampf. Dann allerdings, als uns beiden die kürzere Fassung des Films eigentlich immer mehr angefangen hat, sehr gut zu fallen und wir uns dazu entschieden haben, dass wir in Zukunft auch eher bevorzugt die kürzere Fassung herzeigen wollten, kamen wir auf die Idee, hey, wenn wir jetzt noch einmal Kurzfilmabende machen, so wie beispielsweise der Robert für seinen Wir sind Film Kurzfilmabend oder eben auch für Deutschland, für das Unschärfe Festival von Ingo Frenzel, dass wir eben da eine ultimative Fassung machen. Grundsätzlich basierend auf der kürzeren Fassung, auf dem Festival Cut, aber trotzdem mit den Änderungen im Finalkampf, mit der Musik, mit der Farbkorrektur. Die meisten von euch könnten diese Fassung gesehen haben, weil das auch die Version war, die auf OktoTV im Free-TV ausgestrahlt wurde. Deswegen habe ich diese Fassung jetzt der Einfachheit halber im weiteren Schnittbericht als TV-Fassung bezeichnet, obwohl Robert und ich sie eigentlich eher als Ultimate Festival Cut bezeichnet haben, beziehungsweise sie auf meiner Festplatte meistens als Festival Cut Reloaded bezeichnet wurde. Das ist allerdings ein und dieselbe Fassung. Grundsätzlich für diejenigen, die sich jetzt nicht den kompletten Schnittbericht noch einmal anschauen werden, weil, Spoiler-Alarm, ich habe nicht jede Szenenbeschreibung jetzt neu eingesprochen, sondern nur dieses Intro und dann das Outro werde ich euch allerdings gleich dorthin verweisen, wo es die relevanten Unterschiede gibt. Grundsätzlich könnt ihr euch den Schnittbericht exakt so denken wie den zum Festival Cut, nur die letzten beiden Änderungen sind dann eben tatsächlich anders. Das heißt, wenn ihr dahin weiter vorspult, dann werdet ihr das bemerken, denn die TV-Fassung ist im Endeffekt circa 40 Sekunden länger ausgefallen als der Directors Cut. Aus dem Grund, weil wir bei der Festival-Fassung auch während dem Hauptkampf diverse Schnitte gesetzt haben, damit wir eben im Endeffekt auf die unter 30 Minuten Zeitgrenze kommen können, wo wir allerdings ein paar von diesen Szenen durchaus in weiterer Folge eher nachgetrauert haben, dass die gegangen sind. Deswegen haben wir diese Schnitte dann für die TV-Fassung wieder rückgängig gemacht. Bis zum Hauptkampf sind allerdings die TV-Fassung und die Festival-Fassung frame ident. Erst mit dem Hauptkampf, mit dem Einsetzen der Musik- und der Farbkorrektur gibt es eben auch diese Unterschiede dann zwischen Festival-Cut und TV-Fassung. Außerdem, kurz eben zusammengefasst, ist nur ein ganz kurzer Schnitt bei der Ringpause vom Robert im TV-Cut enthalten. Dieser Schnitt ist anders gesetzt und deutlich kürzer als der vergleichbare im Festival-Cut. Meine Ringpause ist hingegen komplett unangetastet geblieben. Und auch der Epilog mit dem gealterten Zockarow gibt es keinerlei Unterschiede zwischen der TV-Fassung und dem Director's Cut, weswegen jetzt auch dieser 0,48 Sekunden-Schnitt beim Director's Cut diesmal nicht gelistet ist, weil eben diese Einstellung, die damals aus Anschlussgründen für die Festival-Fassung erweitert wurde, in der TV-Fassung genauso laufen kann wie im Director's Cut. Und damit würde ich sagen, wir starten einmal hinein in den Schnittbericht. Wie gesagt, für all diejenigen, die den Bericht grundsätzlich schon gestern gesehen haben, die können jetzt gerne weiterspringen bis ans Ende des Schnittberichts. Dort melde ich mich dann wieder mit den neuen Informationen. Erste alternative Szene. Die erste große Änderung des Films ist bereits in der Credit-Sequenz zu sehen. Das hat einfach nur den Grund, weil eben im Festival-Cut etliche Szenen fehlen und dadurch auch etliche Nebendarsteller, die uns bei unserem Projekt dankenswerterweise unterstützt haben, im Festival-Cut nicht mehr zu sehen waren. Deswegen haben wir die Credit-Sequenz so abgeändert, dass grundsätzlich das gezeigte Bildmaterial identisch ist und auch die identische Laufzeit aufweist, aber dass wir die Namenseinblendungen ausgetauscht haben. Die Darsteller, die im Festival-Cut jetzt nicht mehr vorkommen, werden auch in der Credit-Sequenz nicht mehr erwähnt. Dadurch wurden die anderen Einblendungen etwas anders positioniert, etwas verschoben. Es sind die Abstände zwischen den einzelnen Einblendungen ein bisschen länger, aber grundsätzlich ist es mehr oder weniger trotzdem dieselbe Szene, die hier zu sehen ist. Erster Schnitt und damit gleich einer der längsten Schnitte von diesem ganzen Festival-Cut mit ca. 85 Sekunden en bloc. Fehlt genau nach der Credit-Sequenz ein relativ großer Block. Wir sehen einen ganz kurzen Shot, wo Auer einen anderen Boxer niederschlägt und danach im Ring gemeinsam mit seinem Trainer oder Assistenten seinen Sieg feiert. Im Vordergrund steht ein Reporter, der über den Kampf berichtet und der vor allem erklärt, dass Auer durch diesen Sieg, den er jetzt gerade erreicht hat, auf der Weltrangliste aufgestiegen ist. Dass es vor ihm jetzt nur mehr vereinzelte Boxer gibt, wie eben beispielsweise Ivan Zokerov. Der schaut sich diesen Bericht gerade auch im Fernsehen an und äußert sich währenddessen abfällig über Auer. Und ich muss an der Stelle sagen, es hat so viel Spaß gemacht, mehr oder weniger einen kompletten Drehtag damit zu verbringen, auf der Couch zu liegen, eine Banane zu essen und währenddessen den Robert zu dissen, während er hinter der Kamera gestanden ist und sich das alles anhören musste. Hat wirklich, wirklich riesig viel Spaß gemacht und ist eigentlich eine coole Szene. Interessanterweise fehlt dann im Anschluss noch ein kurzer Moment, nachdem die Szene mit Zokerov vorbei ist, beginnt die nächste Szene, wo Auer zu seinem Wohnwagen geht, deutlich früher. Man sieht ihn ausschließlich im Directors Cut noch durch den Wohnwagenpark gehen, beziehungsweise seine Reißverschlusstür etwas länger zu öffnen. In dem Festival Cut ist das ein bisschen anders und geht das ein bisschen schneller voran. Zweiter Schnitt. Wir sehen gleich die nächste Szene. Nachdem Auer die Szene im Wohnwagen gespielt hat, ist er in einem Pub zu sehen, wo er auf seinen neuen Trainer trifft. Der Trainer betritt das Pub und dann fehlt zwischen dem Teil, wo der Trainer das Pub betreten hat, bis zu dem Teil, wo er zu Auer kommt und mit ihm spricht. Ein kurzer Dialog zwischen ihm und dem Kellner. Der Kellner teilt ihm mit, dass Auer bereits hinten auf ihn wartet. Er allerdings nicht genau weiß, was Auer von ihm will. Und der Trainer geht dann eben wieder aus dem Bild und geht zu Auer. Circa 14 Sekunden dauert das Ganze. Zweite alternative Szene. Kurze Zeit später, wir haben jetzt auch im Festival Cut gesehen, wie der Trainer zu Auer hingegangen ist. Und dann fehlt allerdings die Ansprache des Trainers im Festival Cut komplett. Dort sehen wir, wie der Trainer hinkommt und wie dann Auer ihm einen Handshake gibt und auf die Schulter klopft. Das übrigens interessanterweise in einer anderen Einstellung als im Director's Cut. Im Director's Cut gibt es allerdings vorher noch eine relativ lange Sequenz zu sehen, die circa eine Minute lang dauert, wo der Trainer mit Auer spricht. Wo er zum Beispiel sagt, dass er irgendwie nicht versteht, wieso Auer jetzt auf dem Punkt ist, auf dem er jetzt angekommen ist. Weil er war ja einmal der große Boxer, auf den alle aufgeschaut haben. Und sitzt jetzt da und trinkt Bier. Er stellt Bedingungen dafür, dass er Auer trainiert. Wie beispielsweise eben, dass er kein Bier mehr trinkt, dass er nicht mehr flucht, dass er nicht mehr zu spät kommt. Und so weiter und so fort. Und hält hier eben eine kurze Ansprache, einen kurzen Monolog. Aber eben nur im Director's Cut. Dritter Schnitt. Nachdem Auer seinem Trainer den Handshake und den Schulterklopfer gegeben hat, gibt es eine kurze Sequenz, wo er durch das Pub geht und dann von den Pubbetreibern und Kellnern verabschiedet wird. Da fehlt einfach im Festival Cut, fehlen eineinhalb Sekunden, in denen Auer durch das Pub geht. Dritte alternative Szene. Komplett entfernt wurde im Festival Cut einmal wieder eine Szene, in der Zockerov von der russischen Sportministerin verabschiedet wird. Eigentlich auch eine ziemlich coole Szene, weil diese Szene auf Russisch ist. Und wir haben dankenswerterweise eine Darstellerin gefunden, die tatsächlich Russisch kann und Russisch spricht. Weswegen auch sie in der Szene den meisten Text hat und ich als Zockerov eigentlich nur da und das Spasibo sag. Was aber meiner Meinung nach gerade eben durch diesen Kontrast, durch diesen roten Vorhang im Hintergrund gedreht, haben wir das übrigens in einem Theater, ziemlich cool aussieht. Und irgendwie auch eben diesen russischen Flair recht cool rüberbringt. Und auch irgendwie, weil es ein bisschen trashig ausschaut. Am Ende dieser Szene gibt es dann übrigens eine Überblendung zu der nächsten Szene im Büro von Richard Lugner, wo das Bild von der Seite hineinwischt. Und da ist jetzt auch genau dann der Grund für die alternative Szene im Festival Cut. Nachdem es diesen Überblendeffekt nicht gibt, gewinnt einfach die Folgeeinstellung in Lugners Büro ein paar Frames am Anfang. Es sind glaube ich genauer gesagt 0,4 Frames, die die Szene von Lugner hier etwas mehr von seinem Rücken und der Tür zeigt am Anfang. Vierter Schnitt. Der zweite richtig große Schnitt, der über 80 Sekunden en bloc aus dem Film entfernt hat. Das ist der komplette zweite Bericht auf OktoTV. Und deswegen finde ich das irgendwie so cool, dass wir den Film irgendwann mal auf OktoTV ausstrahlen konnten, weil wir eben auch wirklich dort gedreht haben. Ich in meiner zweiten Rolle im Film mit komplett anderem Outfit, komplett anderer Frisur, habe eben auch noch die Rolle des Fernsehmoderators gespielt. In dieser Sequenz geht es einfach darum, dass der Kampf zwischen Auer und Zockerov mittlerweile offiziell fixiert wurde. Es gibt ein paar weitere Informationen zu den beiden Boxern und außerdem zeige ich als Fernsehreporter noch zweimal zugespieltes Material. Einmal von der Ankunft Zockerovs auf am Flughafen, wo er sich mehr oder weniger darüber aufregt, dass es ziemlich orsch ist, dass sich niemand für ihn interessiert, weil er mehr oder weniger damit gerechnet hat, dass sich die Presse dort zertritt gegenseitig, nur um Bilder von ihm zu bekommen. Da war einfach nichts und von der Vertragsunterzeichnung, wo eben Auer und Zockerov den Kampfvertrag unterschreiben, was allerdings Zockerov, seine übliche, charmante Art, nicht besonders wertschätzend macht. Fünfter Schnitt. Und da wieder mal ein kurzer mit circa zweieinhalb Sekunden Laufzeit. Auer steht da länger vor dem Grab seiner Familie, schickt seiner Frau und seiner Tochter einen Handkuss zu und das war's. Das ist eine Einstellung, die im Festival Cut einfach ein bisschen kürzer ist als im Directors Cut. Sechster Schnitt. Und es bleibt kurz. Nachdem Auer sich von dem Grab seiner Familie abgewendet hat, geht er noch aus dem Bild. Im Festival Cut wird sein Gehen hier etwas früher abgebrochen. Im Directors Cut darf er einfach noch 0,68 Sekunden länger gehen. Die dritte alternative Szene. Und jetzt wird's Org. Das war wirklich die Szene, wo wir gemeinsam am längsten gewerkelt haben, wo wir die meiste Zeit damit verbracht haben, sie zu adaptieren. Und das wird jetzt auch die Szene sein, wo wir im Schnittbericht die meiste Zeit miteinander verbringen. Denn wir haben die Trainingssequenz komplett anders aufgebaut. Der Grundgedanke war, dass man hier aus den sechs verschiedenen Trainingsblöcken, die wir im Directors Cut gehabt haben, nur mehr fünf macht. Dass es eben vor allem von Zockeroff einen Trainingsblock weniger gibt. Grundsätzlich wird euch vielleicht schon aufgefallen sein, bei den ersten Schnitten, die wir in dem Schnittbericht gemeinsam behandelt haben, dass die Schnitte in erster Linie auf die Rolle von Zockeroff bzw. auf Nebencharaktere basiert. Was einfach daran liegt, dass sich Robert bei der Erstellung des Drehbuchs wirklich viel Mühe gegeben hat, den beiden Hauptcharakteren Zockeroff und Auer gleich viel Screentime zu geben. Und das ist eben mehr oder weniger der Hauptgesichtspunkt vom Directors Cut oder vom Drehbuch. Für den Festival Cut war dann aber eben die Überlegung, den Film ein bisschen mehr an das typische Hollywood-Konzept anzupassen, dass sich der Film wirklich die meiste Zeit nur auf den Hauptdarsteller, auf den Sympathieträger, auf den Protagonisten konzentriert und eben der Antagonist auch zwar eine Präsenz hat im Film, aber eben eine, die über seinen Charakter kommt und nicht über seine dauernde Anwesenheit kommt. Deswegen eben jetzt auch im Festival Cut ein Trainingsblock weniger für Zockeroff, wobei für diejenigen, die da schon einmal ein bisschen drüber geschaut haben, eben der entfernte Trainingsblock, der dritte mit dem Sparring-Training, nicht einfach komplett gestrichen wurde, sondern in die anderen beiden Trainingsblöcke von Zockeroff integriert wurde. Was ich auch relativ cool finde, die Szene, die wir da vorher gesehen haben, war eben die Szene mit dem Friedhof und die Szene, die danach kommt, also quasi im Director's Cut, ist die Szene, wo Zockeroff und sein Trainer feiern und im Festival Cut kommt dann danach die Szene, wo Auer nach dem Training im Octagon Fitness Gym komplett fertig unter der Dusche steht. Deswegen passt es irgendwie auch im Festival Cut, nach der Friedhof-Szene das Lauftraining zu haben und dann ganz zum Schluss eben das Fitnesstraining dort, wo dann der Film direkt weitergeht. Es passt allerdings auch hervorragend im Director's Cut, dass nach der Szene am Friedhof einmal Zockeroff mit seinem Training beginnt und Auer dann mit dem Lauftraining abschließt, weil ja in Wirklichkeit in dann der nächsten Szene, die wir uns beim nächsten regulären Schnitt anschauen, Auer ebenfalls eigentlich noch einmal einen siebten Trainingsblock anhängt, während dann eben die Feier stattfindet. Das habe ich allerdings aus diesem Trainingsschnitt rausgenommen. Interessant ist, wenn wir uns einmal ganz kurz die Trainingsblöcke nach der Vorlage vom Director's Cut anschauen. Beim Fitnesstraining von Zockeroff gibt es ein paar Unterschiede, die schauen wir uns jetzt gleich an. Das Fitnesstraining von Auer ist zwar in beiden Fassungen an unterschiedlicher Stelle zu sehen, ist aber absolut eins zu eins identisch. Das Sparring von Zockeroff, der Block 3, fehlt eben im Festival Cut per se, wurde dann allerdings in die anderen beiden Trainingsblöcke integriert. Das Rindfleischboxen von Auer ist grundsätzlich auch identisch. Interessanterweise wurde da allerdings eine Einstellung von einer Position an eine andere verschoben. Dabei allerdings gibt es keine Laufzeitunterschiede und es ist wirklich einfach eins zu eins derselbe Shot, nur um ein paar Sekunden verschoben. Und eben auch beim Zockeroff EMS Schattenboxen, da wurden sehr sehr viele Aufnahmen ersetzt, durch welche vom Sparring und das Lauftraining von Auer ist wieder identisch. Jetzt würde ich sagen, wir bleiben im Training in dieser langen Sequenz und schauen uns einmal wirklich genau an, welche Szenen und welche Einstellungen hier ersetzt wurden. Fünfte alternative Szene. Wir starten eben mit dem Fitnesstraining von Zockeroff. Da wurde eine Einstellung aus dem Fitnesstraining durch eine Aufnahme vom Sparring ersetzt. Sechste alternative Szene. Ich könnte jetzt eigentlich einfach wieder genau dasselbe sagen, weil auch hier wurde einfach eine Einstellung vom Fitnesstraining in der Fitfabrik durch eine Einstellung aus dem Sparring vom Excellent Fitness Gym in Simmering ersetzt. Siebte alternative Szene. Ich sehe euch irgendwie schon einen Kaffee holen, weil das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Auch dieses Mal wurde einfach eine Fitnesstraining Einstellung durch eine Sparring Einstellung ersetzt. Siebter Schnitt. Und das ist etwas, über das haben wir ja vorher schon gesprochen. Der Sparring Block wurde komplett entfernt. Das heißt, die kompletten 42 Sekunden, die im Directors Cut en Block das Sparring zu sehen sind, gibt es im Festival Cut gar nicht. Dafür eben wurden etliche Einstellungen aus diesem Sparring-Training. Ich habe übrigens an dieser Stelle einen Screenshot von jeder einzelnen Einstellung gemacht. Nur damit ihr vielleicht, falls ihr das entsprechende Interesse habt, dann nachher noch einmal ein bisschen gegenvergleichen könnt, welche Shots und welche Aufnahmen tatsächlich dann an anderen Stellen im Festival Cut Verwendung fanden. Wir haben uns da dann wirklich bemüht, dass wir die Aufnahmen und die Trainingsshots entfernen, die unserer Meinung nach irgendwie am wenigsten reizvoll sind. Wir haben uns natürlich bemüht, dass die anderen Trainingssequenzen von Zokerov trotzdem intakt bleiben, dass alles, was er an Trainings absolviert, trotzdem eben auch eine Screentime bekommt. Aber eben wollten auch das Sparring natürlich nicht komplett streichen, aber eben durch diesen Schritt anders und integriert präsentieren. Was irgendwie dann auch irgendwie bedeutet und aussagt, dass er öfter beim Sparring-Training ist, weil es eben immer wieder vorkommt. Achte alternative Szene. Und jetzt sind wir eben bei der Trainingssequenz von Auer beim Rindfleischboxen. Interessanterweise ist das tatsächlich der einzige Unterschied, den es bei einer Trainingssequenz von Auer gibt. Da gibt es eine Einstellung und ich habe sie jetzt hier unten positioniert, damit ihr sie wiedererkennt, die einfach von einem Timecode zu einem Timecode ein paar Sekunden später ergänzt und rüberkopiert wurde. Das ist die einzige Änderung beim Rindfleischboxen. Es hat auch sonst keinen Unterschied in dieser Einstellung gegeben. Die ist auch per se absolut identisch, sondern eben einfach nur anders positioniert. Und neunte alternative Szene. Und jetzt wird es dann wirklich einmal Zeit, glaube ich, den Plattenspieler aufzudrehen, weil jetzt haben wir bei der nächsten Trainingssequenz, ich bilde mir eine, es sind sieben alternative Szenen, wo eben sieben Einstellungen in diesem einen Trainingsblock durch eine Sparring-Einstellung ersetzt wurden. Zehnte alternative Szene. Ihr glaubt es mir immer noch nicht, oder? Wir werden hier mit noch etwas mehr Zeit verbringen. Elfte alternative Szene. Alternative Einstellung vom Training. Zwölfte alternative Szene. Auch dieses Mal erspare ich euch zwar meinen Gesang, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was ich da singen könnte. Dreizehnte alternative Szene. Willkommen zurück im Bereich des EMS-Trainings oder Schattenboxens, wo wir aber stattdessen diesmal eine Einstellung vom Sparring sehen. Vierzehnte alternative Szene. Und, noch einmal, eine Einstellung eins zu eins ersetzt durch eine andere Einstellung. Fünfzehnte alternative Szene. Ja, also langsam fällt mir nichts mehr ein, außer dass ich vielleicht erwähnen könnte, dass das jetzt tatsächlich der letzte Schnitt innerhalb von dieser Trainingssequenz ist. Achter Schnitt. Wir schließen direkt an diese Trainingssequenz an und haben einen Schnitt, der immerhin über 50 Sekunden dauert und mehr oder weniger das Nachspiel vom Training entfernt hat. Wir sehen Zockarov, der mit Champagner und Wein gemeinsam mit seinem Trainer und einer Begleitung den Abschluss seines Trainings feiert. Er macht sich noch einmal ein bisschen über Auer lustig und meint, gebetet den alten Typen, den wir ja problemlos fertig machen. Auch sein Trainer meint, dass er genau der Kerl ist, den er immer schon einmal trainieren wollte. Und währenddessen sieht man immer wieder Zwischenschnitte auf Auer mit seinem Trainer, der, obwohl es mittlerweile schon absolut dunkel ist, immer noch im Oktagon Fitnessclub ist und dort Boxen trainiert, so lange, bis er zum Schluss eine blutige Hand hat. Spoiler-Alarm, das Blut an dieser Stelle ist tatsächlich kein Special-Effekt, weil Robert hat sich beim Dreh das ein oder andere Mal verletzt. Die fünf gebrochenen Rippen beim Hauptkampf wissen wir schon, aber auch da noch ein kleines Tidbit am Ende. Neunter Schnitt. Nach der Pressekonferenz, übrigens eine der Lieblingsszenen, die ich beim Dreh, beziehungsweise jetzt dann auch im fertigen Film hatte, absolut coole Sequenz, meiner Meinung nach, gibt es eine Szene, in der Auer durch den Park geht und dort mehr oder weniger verloren von einer Brücke schaut und sich sammeln möchte für den Kampf. Da wurden jetzt einige Sachen auch im Festival-Cut geschnitten, beispielsweise gleich einmal am Anfang, dass er circa 1,5 Sekunden länger auf der Brücke geht. Zehnter Schnitt. Nachdem sich Auer auf die Brücke gelehnt hat, folgt eigentlich im Directors Cut eine Szene, wo ein Reporter, gespielt übrigens von Stefan Kaiser, der auch immer wieder für Illusions Unlimited Films die Booklet-Texte beisteuert, einen Box-Fan interviewt. Und dieses Interview, dieser Monolog von dem quasi, wurde komplett entfernt im Festival-Cut. In dieser Stelle, diese 30 Sekunden, moderiert Stefan das ganze Geschehen quasi an und sagt, dass durch einerseits die körperliche Überlegenheit, durch das jüngere Alter und so weiter, für die ganzen Wettanbieter und für die Presse Zockarow natürlich der Favorit für den Kampf ist, aber wie er das sieht. Und er beginnt damit, dass er zwar glaubt, dass Zockarow der stärkere Boxer ist, er aber trotzdem die Daumen für Auer gedrückt hält. Das dauert circa 30 Sekunden. 16. Alternative Szene Und da ist es jetzt ebenfalls interessant, es ist nämlich quasi der Monolog von diesem Box-Fan, ist an zwei Stellen eben komplett entfernt worden. Ein Zwischenschnitt auf Auer, während eben dieser Monolog läuft, ist allerdings auch im Festival-Cut enthalten. Logischerweise, weil der Box-Fan mit seinem Monolog im Festival-Cut überhaupt nicht vorkommt, wurde der Kommentar an dieser Stelle von der Tonspur wieder gelöscht. 17. Alternative Szene Genau nach dieser einen Aufnahme von Auer, die eben auch im Festival-Cut enthalten ist, ohne den Ton im Hintergrund, gibt es den nächsten Schnitt. Der Box-Fan erzählt jetzt ein bisschen im Hintergrund, warum er so stolz ist auf den Auer und was er so cool findet an ihm, nämlich beispielsweise, dass er seine Einnahmen an einen Verein für Unfallopfer spendet, nachdem eben seine Frau und seine Tochter bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Dazwischen gibt es natürlich wieder einige Aufnahmen auch von Auer zu sehen. Er jubelt dann zum Schluss noch einmal und schreit, dass ganz Wien hinter Auer steht, aber dazwischen gibt es eben noch einige Zwischenschnitte auch auf Auer, der von der Brücke schaut und der im Wasser einen Vogel sieht. Interessanterweise, genau der Zwischenschnitt auf den Vogel ist auch im Festival-Cut zu sehen. Dort verwendet die Fassung aber eine andere Aufnahme von dem Vogel, die eben nicht nur eine andere Aktion zeigt, sondern auch von der Farbkonstruktion her ein bisschen anders ausgefallen ist. Elfter Schnitt. Wir gehen wieder etwas länger, nämlich auch nachdem Auer von der Brücke geschaut und sinniert hat, was im Festival-Cut, finde ich, noch eben ein bisschen fokussierter bleibt, weil es eben den Kommentar im Hintergrund nicht gibt und die Szene dafür auch ein bisschen angenehm kürzer ist. Gate Auer wieder von der Brücke und auch hier wurde 1,36 Sekunden entfernt, um das Gehen ein bisschen zu verkürzen. Zwölfter Schnitt. Wenige Sekunden später gibt es den nächsten Schnitt da. Gate Auer jetzt diesmal etwas länger durch den Park. Aber lustigerweise sind beide Schnitte auf das Einzelbild genau gleich lang. Dreizehnter Schnitt. Und damit mehr oder weniger der letzte von den größeren und längeren Schnitten. Wir sind in der Kampfforbereitung. Auer hat sich eben jetzt durch diese Ruhe, durch die Entspannung im Park auf den Kampf vorbereitet, was Zockaroff natürlich anders macht. Und direkt im Anschluss an die Szene im Park fehlt komplett, wie sich Zockaroff auf den Kampf vorbereitet. Den größten Teil davon sitzt er in der Sauna, genießt die Zeit, schaut ein bisschen arrogant im Raum herum. Übrigens, kleines Tidbit, das war tatsächlich die allererste Szene und das waren die allerersten Aufnahmen, die wir überhaupt für den Film gedreht haben. Lässt sich in einer anderen Aufnahme massieren und erzählt eben im Off darüber, dass er eben durch seinen Auftritt in der Öffentlichkeit immer versucht hat, Auer zu verunsichern. Dass der allerdings von seinen Versuchen, ihn zu verunsichern, völlig unbeeindruckt geblieben ist. Vierzehnter Schnitt. Wir befinden uns schon in den Kabinen direkt vor dem Kampf. Da beginnt die Szene in der Kabine von Zockaroff damit, dass er von seinem Trainer die Faschen angelegt bekommt und die eben abgeklebt werden. Und da beginnt diese Szene im Directors Cut einfach zwei Sekunden früher. Fünfzehnter Schnitt und diesmal ein bisschen länger, circa fünfeinhalb Sekunden sind dieses Mal entfernt. Es kam die zweite Einstellung vom Einfaschen, ist auch im Festival Cut enthalten, aber ist im Directors Cut dann am Ende ebenfalls deutlich länger. Dann gibt es noch eine seitliche Aufnahme, wo man Zockaroff und seinen Trainer sieht und er mehr oder weniger testet, ob er die Faschen eh richtig und fest genug angelegt hat. Die fehlt dafür dann im Festival Cut wieder komplett. Sechzehnter Schnitt, diesmal mit circa neun Sekunden an Bord. Auer hat am Boden kniend gebetet. Da fehlt dann danach im Festival Cut, wie er noch aufsteht und aus dem Bild geht und außerdem setzt die nächste Aufnahme von Zockaroff vor im Spiegel etwas länger ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner Lieblingsshots aus dem Film. Die geballte, die wirklich geballte Arroganz, aber eben im Festival Cut auch ein bisschen weniger davon als in der Kinofassung oder dem Directors Cut. Siebzehnter Schnitt. Und da wird jetzt Auer von seinem Trainer der Trainingsanzug angezogen. Man sieht im Festival Cut nur eine einzige Einstellung, wo er ihm eben die Kapuze rüber tut, aber eben das Anziehen vom Trainingsanzug per se, ein bisschen über sechs Sekunden, wurde komplett entfernt. Achtzehnter Schnitt. Auch diesmal wieder ein kurzer Schnitt unter zwei Sekunden. Diesmal geht es darum, dass auch Zockaroff sein Trainingsanzug angezogen wird. Da setzt die Aufnahme im Directors Cut einfach etwas früher ein und zeigt noch, wie Zockaroffs Trainer in den Zipp ganz oben fertig zumacht. Neunzehnter Schnitt. Wir bleiben in derselben Einstellung, wo Zockaroff von seinem Trainer der Trainingsanzug zugemacht wurde. Hier wurde dieselbe Einstellung dann auch noch am Ende verkürzt, um circa eineinhalb Sekunden, um quasi nicht mehr zu zeigen, wie sich der Trainer von ihm abwendet, um dann zu seinen Boxhandschuhen zu greifen. Zwanzigster Schnitt. Wieder ein kurzer. Es kam ein Ansager, der vorher eben Auer mitgeteilt hat, dass der Kampf in Beldes stattfinden wird. Da fehlt ein kurzer Teil von seinem Dialog, wo er Auer eben noch alles Gute wünscht. Einundzwanzigster Schnitt. Und hier herzlich willkommen zurück an alle anderen, die bereits gestern den Schnittbericht zum Festival Cut gesehen haben und jetzt sich hier nur ein Update holen wollen. Denn bis jetzt, bis zum letzten Schnitt in der Garderobe, waren der Festival Cut und der TV Cut absolut identisch. Jetzt gibt es allerdings den ersten Unterschied. Euch ist vielleicht eben aufgefallen, dass nachdem in der TV-Fassung die Farbkorrektur und die hinzugefügte Musik ebenfalls vorhanden sind, natürlich der Teil im Schnittbericht nicht mehr zu lesen war, gibt es jetzt tatsächlich einen anderen Schnitt. Erinnern wir uns kurz einmal zurück an den Schnittbericht von gestern. Wir sind mit der ersten Runde fertig. Robert ist in seine Ecke gegangen und da gab es einen circa 15 Sekunden langen Schnitt, wo Robert etwas länger in seine Ecke geht, wo er dann von seinem Trainer was zu trinken bekommt, ich ihn dabei auf meine übliche charmante Art beobachtet habe, dann Robert das Gesicht abgetrocknet wird und ich mich noch einmal auf die nächste Runde vorbereite. Und hier genau ist der neue TV-Cut etwas anders geschnitten. Der Schnitt ist außerdem deutlich kürzer. Wie Robert zu trinken bekommt, wie man ihn den Mundschutz aus dem Mund nimmt und wie Zockarov dieses Geschehen beobachtet, ist in der Festival-Fassung enthalten. Das Einzige, was hier tatsächlich immer noch fehlt, ist die Tatsache, dass Roberts Trainer ihm den Schweiß vom Gesicht wischt beziehungsweise sich Zockarov in einer zusätzlichen Einstellung noch auf die nächste Runde vorbereitet, indem er die beiden Boxhandschuhe gegeneinander knallen lässt. 18. Alternative Szene. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt in Wirklichkeit nur umnummerieren müssen, weil durch die Farbkorrektur und Musikänderung wäre das jetzt eben in der gestrigen Festival-Fassung die 19. Alternative Szene gewesen, diesmal ist es allerdings die 18. Trotzdem ist es nicht das Einzige, das hier anders ist. Denn im Gegensatz zum Festival-Cut haben wir uns hier dazu entschlossen, sehr wohl trotzdem auch als Dank an die Leute, die uns unterstützt haben bei den Szenen, die es dann letztendlich nicht in die TV-Fassung geschafft haben, die den Original-Abspann vom Directors-Cut mit allen Namen zu verwenden. Außerdem wurde auch hier in der Fernsehfassung der Abspann beschleunigt, allerdings nicht ganz so stark wie im Festival-Cut, weil wir eben hier nicht die drängende Notwendigkeit hatten, dass wir das Ganze auf insgesamt unter 30 Minuten bringen. Deswegen ist der Abspann in der TV-Fassung immer noch circa 2 Minuten lang, statt nur 80 Sekunden, weswegen der Zeitunterschied hier auch deutlich geringer ist, als noch damals, wie wir die beiden Fassungen auf der DVD verglichen haben. Und das war's, das war der zweite und auch letzte Schnittbericht zum ersten österreichischen Boxfilm Auer. Wie ihr gesehen habt, grundsätzlich sind die TV-Fassung und der Festival-Cut auf der DVD identisch, eben mit der Ausnahme der Farbkorrektur und hinzugefügten Musik im Finale, beziehungsweise trotzdem auch noch einiger kleiner Schnittunterschiede im Finale. Käuflich zu erwerben gibt es den TV-Cut noch nicht, er war lange Zeit zu sehen in der Mediathek von OktoTV, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob er dort noch immer ist zum Zeitpunkt, wenn ihr diesen Schnittbericht seht, ihr könnt, aber falls ihr euch für die TV-Fassung interessiert, gerne einmal danach googeln. Ansonsten würde ich euch definitiv empfehlen, einmal einen kurzen Blick auf den Shop von Pretz Media zu werfen. Dort gibt es nämlich die komplette DVD-Fassung von dem Film, immer noch zu erwerben. Und auf der DVD ist eben neben dem Original-Festival-Cut auch noch der Directors-Cut enthalten, wo zusätzlich zu Musik- und Farbkorrektur auch alle Szenen enthalten sind, die wir gedreht haben. Für diejenigen, die die DVD besitzen und sich jetzt trotzdem für die TV-Fassung interessieren und sie auf OktoTV nicht mehr finden, die können mir gerne ein E-Mail schreiben und wir können ja mal schauen, ob wir euch den TV-Cut noch irgendwie anders zur Verfügung stellen können. Auch an der Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die sich dafür eingesetzt haben, dass das Projekt Aua überhaupt realisiert werden konnte. In erster Linie natürlich Robert, dafür, dass er über ein Jahr hinweg sein perfektes Engagement an den Tag gelegt hat, das Drehbuch geschrieben hat, die Musik ausgesucht hat, gecastet hat, die ganzen Sets und Szenen ausgesucht hat. Absolut großartig, mit Robert zusammenzuarbeiten. Vielen Dank auch noch einmal an unsere Produktionsassistentin Monika, an Alex, der sich dann bereit erklärt hat, die DVD herzustellen und an so, so viele andere Leute, die ich zum Teil schon gestern erwähnt habe, am Ende von meinem Schnittbericht. Aber ganz besonderen Dank auch heute noch einmal an euch, an diejenigen, die das Projekt Aua unterstützt haben, indem sie sich vielleicht die DVD besorgt haben, vielleicht den Film irgendwo gesehen haben und uns irgendwo einen netten Kommentar hinterlassen haben, beispielsweise bei diesem Schnittbericht oder eben sich so sehr interessieren für den Film, dass sie sich überhaupt diesen Schnittbericht anschauen. Ohne eure Unterstützung wäre das Ganze auf jeden Fall bei weitem nicht so möglich gewesen. Danke, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Schnittberichten zu Aua und damit verabschiede ich mich für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns in Belde bereits wieder hier auf Playzocker Reviews, dann mit einem neuen Schnittbericht. Ciao! Ciao! Vielen Dank.